Da ist auch ein Pilz. Normaler Stein. Da ist ein Gegner. Mehrere? Kommt der rüber? Nee. Aha. Kommst wohl nicht rüber, wa? Waren wir da oben schon? Anscheinend nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wir da hochkommen. Da ist eine Hütte. Wie kommen wir denn da? Da hin? Warte mal. Guck mal. Pilze nehme ich mit, wofür auch immer die sein mögen. Wahrscheinlich fürs Kochen. Irgendwie müssen wir hier oben langen. Hä? Voll geil. Ich mag das Spiel. So, die Frage ist... Wie kommen wir hier hin? Warte mal eben. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da oben hin? Das kann ja eigentlich nur hier lang sein, oder? Aber hier ging es doch nicht weiter, oder? Nee, hier kommen wir nicht lang. Okay, das ist da oben noch irgendwo. Warte mal. Das ist ein Gegner gewesen, ne? Kann ich hier vielleicht? Geht das? Aber man kann auch auf die drauf springen. Ah, ist ja witzig. Das ist ja geil. Ist das... Ist das wieder Silber? Ja, nice. Also man muss sich schon auf jeden Fall gut umgucken hier in den Höhlen. Die verbirgen schon... Voll Damage. Voll Damage haben wir bekommen. Äh, die... verbirgen schon... Sagt man das so? Äh, oh, da ordentlich Geld. Hui! Ähm, man hat hier auf jeden Fall jede Menge zu erkunden. Oh nein. Und man muss Kisten zerstören. Komme ich von hier aus denn rauf? Das geht anscheinend nicht. Okay, man hat auch Fall... Fallschaden. Aber wie komme ich da oben rauf? Gar nicht anscheinend. Okay. Gut, da müssen wir mal gucken. Wir werden auf jeden Fall die Höhle, wie gesagt, noch mehr erkunden. Das ist jetzt nicht alles. Wir sind ja erst mal gerade am Anfang, ne? Oh, da ist noch eine Kiste. Wir haben ja ein bisschen Kohle. Ich zünde mal an. Einfach, weil wir es können. Ein normaler Stein. Wir waren rechts auf dem Weg, ne? Genau, hier unten war ein Gegner. Und hier oben war das, wo wir die gesehen haben, oben. Und hier, er hier. Ihmchen. Genau, da oben weiß ich noch nicht, wie wir da hinkommen. Hier war mal eine Le... Ah, warte mal. Oh, wir brauchen Wut. Oh, vielleicht finden wir nochmal irgendwo Holz. Hätte ich mal Wut mitgenommen. Aber das kann ja keiner wissen, ne? Selber schuld. So. Wir heilen uns auch ein bisschen. Da wir ja gelevelt haben. Apropos, apropos leveln. Ähm, da fällt mir gerade was ein. Wir haben... Ne, ein Punkt. Haben wir nicht zwei Punkte? Ich dachte mir, wir haben zwei Punkte. Aber anscheinend... Brauchen wir vier Points. Zwei, zwei. Face Damage. Kost drei Points. Mehr Leben. Also, brauchen wir Wut. Ja, hallo, ich seh dich. Ähm, gucken wir mal, ob wir irgendwo Wut herkriegen. Wut, Wut, Wut. Wut in a foot. Decol... Oh, da unten ist aber Action. Ich weiß nicht, ob die neu gespawnt sind. Kommen die hier hoch? Oh Gott, sind das viele. So. Pilze nehmen wir mit. Gut, wir müssen das Nest natürlich ausräuchern. Aber sonst spawnen die immer nach. Huah. Huah. Hehe. Ich kann auf euch draufhüpfen. So. Sehr schön. Und das hat gut geklappt. Da oben läuft noch jemand. Magst du runterkommen? Ja. Ich warte auf dich. Ist gar kein Problem. Bitte Wut. Äh, kein Wut. Da ist er, ist er, ja. Der kleine Freund. Und so. Umgucken ist die Mutter der Porzellanen Kiste. Hier kommen wir auch rüber. Aha. Ich hoffe, er war alleine. Wir kriegen, ah, ich dachte, wir kriegen mal hier, ich weiß nicht, ob wir hier genug Wut finden, um die Leiter, nein, das ist nur Stein, aber wir nehmen es trotzdem mit. Ob wir genug Wut finden, um die Leiter zu reparieren. Und ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn du jetzt die Höhle verlässt, spawnen die dann neu? Okay. Das wäre mal interessant zu wissen. Okay, hier oben geht es nicht so weiter. Huah. Ich mag diese Höhlenerkundung. Die sind voll cool. Huah. Ich wechsle das mal eben hier. Ich hätte gerne mal, genau, weil ich immer zwischen Axt und, äh, Dings switche. Also die drei ist, glaube ich, besser. So, haben wir hier unten alles erstmal abgefrühstückt. Gehe ich mal, ging es hier noch irgendwo lang? Nee. Ich möchte es ungern auch runterfallen. Hier war, glaube ich, nichts, ne? Nee, okay, hier waren wir schon. So. Ich will mal den Fisch essen. Und vielleicht nochmal eine, ein Peaches. Peaches, 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 Peaches. Oh, der Super Mario Film war so gut. Kann ich nur empfehlen. Na komm, wir zünden es mal an. Dann ist ja auch ein bisschen heller. Oh ja, ich erinnere mich an diese Treppe. So. Als wäre es gestern gewesen. Ja, guck mal einer an. Ja, haben ja ein bisschen Schaden genommen. Aber so viel Damage machen die jetzt nicht. Ich frage mich, ja, wir müssen bei der, bei der Arena ja dann, ähm, die Dings ausschalten. Die Nester, ne? Das müssen wir schleunigst machen. Oh, wie schön. Kann mich gar nicht mehr entsinnen, dass die Hühne so schön war. Oh. Ja, bin, bin schon da. So, hier gibt's Kohle. Nehme ich alles mit? Das, was wir mitnehmen können, das nehmen wir mit. Flup, 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 flup. Und hier gibt's, oh. Äh, moin. Wo kommt der denn her? Sollten wir uns mal gleich drum kümmern, um sein Nest. Ich denke, da wird wieder ein Nest sein. Erstmal ja, mal gucken. Oh, Pilze. Sehr schön. So, ich bin froh, dass die Werkzeuge nicht kaputt gehen. Aha. Brauchen ein bisschen länger hier. Die Nester. Kohle, Kohle. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, jetzt wegen der Musik. Ich wollte mal wegen der Musik mal gucken. Was die Musik sagt. Ich weiß, dass die Arena, also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war die Arena unten irgendwo. Im unteren Bereich der Höhle. Ah, Musik. Ja, ist eine andere Musik. Aber ich glaube, die sind alle respawned, ne? Okay, er kommt nicht hoch. Sehr schön. Bleib du mal da. Ich so hier so, er so da so. Das ist der Weg oben lang, ne? Genau, wo wir schon waren. Man kann das, glaube ich, auch gut nutzen, um sich zu orientieren mit den Fackeln, ne? Wo man schon war und so. Hallo? Im richtigen Moment drücken. Gibt mehr Damage. Ja, hier war, glaube ich, damals, glaube ich, äh, damals, klingt so komisch, äh, Gold am Liegen. Was ist das da? Und waren wir hier schon mal? Okay. Gott, ist sie riesig. Gott, diese Höhle ist so riesig. Wie geht's noch überall irgendwo lang, Mann? Und da unten ging's auch noch irgendwo hin und überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Ich glaube, da war ein Spawner. Meine ich zumindest. Gehört zu haben. Nehmen wir aber erst mal die Kohle mit. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Ähm. Ja. Mann, ich will gar nicht so weit weglaufen. Da hinten ist auch noch so schön. Hier ist auch noch Kohle. Flup, 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 flup. Okay. Kohle. Ah, Metall haben wir jetzt ein bisschen nur gefunden, ne? Nicht viel, aber immerhin etwas. Gleich kriegen wir wieder einen Skillpoint. Oh. Kristall. Hallo? Sehr schön. Stone ist full. Ist nicht schlimm. So, hier war aber, glaube ich... Ja, hier war aber, glaube ich, sonst nichts mehr. Ist das... Das ist ein normaler Stein. Genau, hier sind wir ja gerade lange laufen. Ich entsinne mich. Genau. Ist hier oben irgendwas? Ne, das ist... Okay. Ich finde das ein sehr schönes Spiel. Es ist sehr, sehr schön detailliert. Schön kleine Details, die ich sehr mag. Kamen wir von hier? Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind am Eingang, ne? Hier geht's, glaube ich, zurück nach Hause, oder? Oder wo sind wir hier? Ja. Hier geht's zurück. Da oben ist der Eingang. Okay. Äh, das geht nicht. Das geht. Sehr schön. Oh, das wäre so geil, wenn man jetzt aus der... Aber ist ein bisschen unrealistisch. Wenn man in der Kiste einfach die Steine reinpacken könnte. Und die wären dann automatisch zu Hause. So. Das heißt, da waren wir. Gut, dass die Fackel da war. Dann wussten wir nämlich, dass wir dort schon gewesen sind. Oh, Wut. Toll. Sechs Wut. Haben wir jetzt? Wir brauchen, glaube ich... Wie viel brauchen wir? 30? So. Dann gehen wir mal den Kollegen da unten besuchen. Okay, warte mal. Ich zünde mal eben an hier. Hallo. Junger Mann. Kommen Sie mal. Kisten. Da oben ist auf jeden Fall ein Fass gewesen. Und hier ist auch ein Gegner. Sehr schön. So. Kohle. Gehen wir gleich mit. Nach oben. Nach oben. Okay, hier kommen wir nicht nach oben. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Da nehme ich mal die Kohle mit. Stein können wir ja nicht mehr mitnehmen. Aber Kohle, glaube ich. So. Flup, flup, flup. Ja. Können wir auch mal anzünden. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. Oder? Ja. Noch mehr Kohle. Ja. Ich liebe Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Jede Menge Kohle. Ich liebe Kohle. Oh, Level Up. Oh mein Gott, zwei Punkte. Ähm. Mehr Damage. Was ist das hier? Ressourcen Gathering ist auch schön. Shield. Wäre auch nice. Critical Hit. 20%. Kostet aber vier Punkte. Schnelleren Speed Attack. Wäre auch geil. Kostet auch vier Punkte. Entweder mehr Leben. Oder wir machen... Wir warten nochmal und machen mehr Damage. Aber ich glaube, mehr Leben ist, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich mach mal mehr Leben. Sehr schön. Wir heilen uns. Dieses Stück heilt sich immer automatisch, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Oder? Ja. Kostet, glaube ich, Essen. Oder? Können wir Pilze eigentlich essen? Ich probier's mal. Glaub ja, oder? Ja. Wir können Pilze essen. Das ist sehr schön. Hallo, da sind Pilze. Nimm sie bitte mit. Ich hätt sie gerne. Hier war ein Gegner, ne? Ah, hier ging's runter. Ah, nee. War kein Gegner. Ich dachte erst... Der Wasserfall ist so laut. Toll. In den Kisten ist nichts. Das erinnert mich irgendwie an Void Train, wo in den Spinden immer nichts war. Mann, 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 Mann. So, alles mitnehmen. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Es ist sehr hilfreich, diese Fackeln, glaube ich, zu benutzen. Und diese Brücke führt wohin? Voll. Wow. Da oben waren wir noch nicht, aber die Frage ist, wie kommen wir... Ah, so, das ist, glaube ich, mit der Leiter gewesen, ne? Glaub ich zumindest. So, aber hier hinten ging's ja auch noch weiter. Unter dem Wasserfall her. Sehr schön. So. Ich hab immer Angst, runterzufallen. Kann man eigentlich runterfallen? Bestimmt, ne? Man kann bestimmt sehr gut runterfallen. So. Ach, wir haben wahrscheinlich noch gar nichts gesehen von der Höhle. Flup, flup, flup. So, die Frage ist, wo gehen wir lang? Oben? Können wir jetzt mal oben gucken. Hier ist aber ja nichts. Hier waren wir schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Ja, wir waren hier schon mal. Ja. Wir waren hier schon. Ich hab mich grad ein bisschen verlaufen. Wo hatten wir denn den Weg, wo wir gesagt haben, da ging's noch weiter? Hä, wo kommt der denn her? Wo ist der denn respawned? Hier waren wir auch schon. Da können wir rüber. Ah ja, hier waren wir schon. Das ist okay. Alles klar. Wow. Angst, runterzufallen. So, genau. Hier waren die Spinnviecher. Äh, und dann sind wir, glaub ich, hier lang gelaufen. La, 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 la. Genau. Hier hoch. Aber ging's hier noch jetzt irgendwie weiter? Ich glaub, hier waren wir schon. Gott, ich hab mich so verlaufen. Gibt's ne Karte? Ne, ne? Ne Höhlenkarte gibt's. Vielleicht gibt's ja irgendwo einen Händler oder so, der Höhlenkarten besitzt. Weiß ich ja nicht. Irgendwo auf ner anderen Insel. Keine Ahnung. Ah ja, hier ging's noch weiter. Genau. Hier geht's, glaub ich, jetzt Richtung... Richtung, äh, dem Dungeon. Also quasi der... Ja. Hier ist das Portal. Sind wir ready? Wir sind, glaub ich, ready, oder? Ich hoffe, wir schaffen's. Ich glaube, es war... Der nächste Bereich. Ja. Puh. Ja, ich glaub, hier geht's jetzt los. Ja. War's nicht hier gewesen? Ich mein, es war hier. Oder vertu ich mich da? Oder kam das noch? Ne, das kam noch, ne? Hier ist das jetzt, glaub ich. Ja, hier ist die Arena. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, wir schaffen's. Ich hoffe, wir schaffen's. Oh, okay, let's go. Oh nein, wir sind fast tot. Oh Gott, wir sind fast tot. Oh Gott, ich bin fast tot, Alter. Oh Gott, ich bin fast tot, Mann. Lass mich. Oh Gott, da kommen ja immer mehr, ne? Ich muss erst mal die Nester ausschalten. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass ich die Nester ausschalte. Dass sie nicht respawn. Das ist wichtig, weil sonst kommen immer welche nach. Okay, Nester sind weg. Sehr schön. Das klappt ganz gut. Oh, wir haben's. Wooo. Geil. Ja, Mann, wir haben's. Sehr nice. Und wir heilen, glaub ich, ne? Automatisch, oder? Ganz langsam. Heilen wir? Oder muss ich was essen? Wir heilen. Oh, geil. Puh, das hat auf jeden Fall besser geklappt, wie beim letzten Mal. Die großen muss man als erstes ausschalten. Und es geht sogar weiter. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Oh Gott. Wo geht's denn hier hin? Ne, was ist das denn? Kann ich, äh? Kann nicht, ja, sehr schön. Oh, ich kann nicht. Was ist das denn? The caves are overrun. I'm not sure if it'll last the night. The void beats are everywhere. There's no escape. Ne alte Nachricht. Also die, ähm, Höhlen sind überrannt. Äh, ich bin mir nicht sicher. Äh, ich bin mir nicht sicher. Letzte Nacht. The void beats everywhere. Es gibt kein Entkommen. Okay. Und hier ist jemand. Wer auch immer das ist. Gold. Oh mein Gott. Gold. Oh, hier geht's doch weiter. Ist das ein Händler? Jared the Blacksmith. Hallo. Ich bin, ich bin hier eingesperrt. Oh, seit einer ganzen Woche. Äh, you, ah, you, you clear it. What? You've cleared out the voidlings. Ah, du hast, du hast die ganzen Gegner erledigt. Vielen, vielen Dank. Mmh. Ah, there is nasty creatures. Ah, now the course is clear. I quickly escape to, äh, back to Bridgewater. If you can help me the building house, I'll set up black, my Blacksmith's shop in Blackwater. I'll give you a great deal on your first purchase. Oh, geil. Ah, wenn du mir hilfst, mein Haus, äh, zu bauen, dann in, und, und, in, in, in Blacksmith. Dann würde ich in Blacksmith meinen Shop gründen in, in Bridgewater. Und ich würde dir einen super Deal machen, wenn du als erstes bei mir einkaufst. Also, dein erster Einkauf. Da kriegst du richtig Rabatt. Geil. Hey, danke nochmal. Und, schau dich um. Voll geil. Hey, ich mag das. Was ist das denn? Was, bitte, was ist das denn? Kann ich mal eben hier in den Screenshot-Modus gehen? Kann ich, ah, ich kann mich aber nicht bewegen, ne? Raus und rein zoomen geht also nicht. Take a Screenshot. Klick. Hä, wie geil ist das? Was ist das für eine... Kann ich hier... Oh, Pilze. Oh, hier gibt's Fasern. Was ist das hier? Achso, Pilze. Und was liegt hier? Wir gucken sofort um. Ich höre irgendwas glitzern, leuchten. Es geht noch weiter. Ne, hier ist Ende. Oh, die erste Hühle haben wir geschafft. Juhu. Was ist das? Ich hab auf jeden Fall... Oh, 101 haben wir schon. Wir haben auf jeden Fall Scrap Metal bekommen. Dark Essence. A dark and evil substance found from enemies. Powerful and dangerous. Okay. Was ist das? Warp? 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 Warp?